Hallo liebe Dachdecker Kollegen, heute möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach einen kostenlosen Eintrag, einen Firmenantrag im Dachdeckerclub oder im Dachdeckerverzeichnis erstellen kann. Zunächst muss ich die Webseite aufrufen, ich übergucke zum Beispiel so, Dachdeckerclub steht schon da, dann klicke ich gleich hier oben, das ist der Eintrag, so, genau, das ist die Startseite. Hier sind verschiedene Punkte aufgeführt, zum Beispiel das Forum mit den Kategorien, dann das Dachdeckerverzeichnis, Bayern, also die ganzen Bundesländer, dann drüben kann man noch, wenn man Dachdecker sucht, gehen oder halt Dachdecker anbieten. Also wenn man sich als Sub anbieten möchte, als Subunternehmer kann man dann hier klicken, aber wir wollen ja jetzt einen kostenlosen Firmenantrag erstellen, also klicke ich hier oben, Firma kostenlos eintragen. So, das ist ganz einfach gemacht, hier oben trage ich jetzt ein, den Firmennamen, also Name ihrer Firma, ich schreibe jetzt mal meinen, meine Firma als Beispiel, Style-Dach, Style-Dach steht auch schon da, so, Anrede, also Ansprechpartner der Firma, das ist in dem Fall mein Name. So, Beschreibung ihrer Firma, also hier kann ein beliebig langer Text rein, man sollte ihn natürlich nicht zu lang machen, ich mache ihn mal, ich habe den Funt schon mal kopiert, ich trage ihn jetzt einfach mal ein, so, kurz und schmerzlos. Dann Media-Firmen-Logo, das ist eigentlich ganz wichtig, sieht immer besser aus, also nur so ein Eintrag sieht halt noch nicht aus, aber mit Logo, alles gut. So, jetzt noch das Bundesland, also wo der Sitz der Firma ist, in dem Fall Sachsen, Straße hat es übernommen, Postleitzahl Stadt hat es übernommen, Handynummer, Telefon, da ist es schon drin hier. So, so, Webseite, steht auch schon da, Standort ihrer Firma nochmal, das ist für Google Maps gedacht, Schulstraße 13 in Koldetz Wohnort, zeigt Google auch schon an. So, und dann noch die Suchbegriffe auswählen, die Tax, da nehme ich jetzt einfach mal Dachdecker, Dachleckner, Velux, Spengner, Schieferköder, Grispa, eigentlich kann man alles nehmen. Man kann ja eigene hinzufügen, wie, das fällt jetzt gerade mal noch, Biber-Spezialist, Biber-Spezialist, so, sehen wir hier, Ad, schön drin, und dann gehe ich auf Speichern, hier unten, und schon war es das. Gut, ich speichere das jetzt nicht, weil mein Eintrag schon drin ist, aber ich wünsche viel Glück beim Eintragen, und hoffe, dass viele Einträge reinkommen. Wie gesagt, das ist eine kostenlöse Werbung, und ich kann nochmal zeigen, wie es aussieht dann, ich gehe jetzt einfach mal aufs Verzeichnis, Dachdecker, jetzt gehe ich auf Sachsen, Sachsen, so, jetzt sind wir hier, und hier ist mein Firmen-Eintrag, der ist natürlich jetzt schon eine Weile hier. So, so sieht das dann aus, die Firmen-Name, die Beschreibung, Logo, Begriffe, Adresse, Telefonnummer, Google Maps-Karte, und der Besucher kann sogar noch ihr Kommentar hinterlassen, muss nicht, kann, schlechte Kommentare lassen wir dann natürlich nicht zu, aber, wenn es positive Kommentare sind, dann lachen die schon zu, und die erscheinen dann hier unten drunter. Gut, das war's. Na dann, tschüss.